Bingen am Rhein ist eine große kreisangehörige Stadt im Landkreis Mainz-Bingen in Rheinland-Pfalz. Der ursprüngliche Name der Siedlung war Bingium, keltisches Wort eventuell für Loch im Fels, Bezeichnung für die Untiefe hinter dem Mäuseturm, bekannt als Bingerloch. Bingen war Ausgangspunkt der Ausuniusstraße, einer römischen Militärstraße, welche die Stadt mit Trier verbannt. Bekannt ist Bingen unter anderem durch die Geschichte um den Bingermäuseturm, in dem angeblich der Mainzer Erzbischof Hattow von Mäusen gefressen wurde. 2008 war Bingen Ausrichter der dritten Rheinland-Pfälzischen Landesgartenschau nach Kaiserslautern und Trier. Geografie Bingen befindet sich unmittelbar südöstlich des Rheintnies am Bingerwald, der sich westlich der Stadt erhebt. Nördlich ragt auf der anderen Rheinseite das Rheingau-Gebirge auf mit dem vorgelagerten Niederwald bei Rüdesheim als dem südwestlichen Eckpfeiler des Taunus. In Bingen endet der Oberrhein mit dem Zufluss der Nahe. Hier beginnt mit dem Stadtteil Bingerbrück der Mittelrhein. Das UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal schließt die gesamte Stadt Bingen mit ein, obwohl der Hauptteil in Rheinhessen liegt. Der Rochusberg wird nahezu vollständig vom Stadtgebiet umschlossen. Rechts rheinisch gegenüber von Bingen liegt die hessische Stadt Rüdesheim am Rhein im Rheingau-Taunus-Kreis. Folgende weitere Nachbarstädte und Gemeinden schließen sich allesamt links rheinisch im Uhrzeigersinn an. Bingen am Rhein gliedert sich in acht Stadtteile. Einwohner von Bingen am Rhein Stand 1. Der mittlere Jahresniederschlag beträgt nur 564 mm und liegt damit im unteren Fünftel der in Deutschland erfassten Werte an 14% der Messstationen. Des deutschen Wetterdienstes werden niedrigere Werte registriert. Der trockenste Monat ist der Februar. Die meisten Niederschläge fallen im Juni. Im Juni fallen 1,5 mal mehr Niederschläge als im Februar. Die Niederschläge variieren nur minimal und sind extrem gleichmäßig übers Jahr verteilt. An nur 1% der Messstationen werden niedrigere jahreszeitliche Schwankungen registriert. Geschichte Schon vor den Römern gab es hier wegen der verkehrsgünstigen Lage eine keltische Siedlung mit Namen Binge. Anfang des 1. J. N. C. H. R. Wurden an der Rheintalstraße römische Truppen in Bingen stationiert. Sie änderten den Namen in Bingium. Es entstand eine hölzerne nahe Brücke und ein Kastell am Brückenkopf. Durch den Presbyter Ätherios von Bingen wurde in der Zeit um 335 bis 360 eine feste christliche und von Priestern geleitete Gemeinde gegründet. Als Beleg aus dieser Zeit dient heute noch der Grabstein des Ätherios in der Martinsbasilika. Nach dem Fall des Limes wurde die Stadt im 5. Jahrhundert fränkisches Königsgut und ging 983 durch die Veroneser Schenkung von Otto II. an den Erzbischof Williges von Mainz. Unter Otto III. kam der Binger Kammerforst dazu. Unter Williges entstand ein Stück nahe aufwärts die steinerne Drususbrücke. Die Binger strebten immer wieder nach Unabhängigkeit, was 1165 Beistreitigkeiten zwischen dem Erzbischof von Mainz und dem Kaiser zur Zerstörung führte. Im 13. Jahrhundert war Bingen Mitglied des Rheinischen Städtebundes. Der Bau der Burg kloppt Mitte des 13. Jahrhunderts kann wohl auch in diesem Zusammenhang gesehen werden. Ein letzter Versuch war die erfolglose Teilnahme am Bauernkrieg 1525. Vom Erzbischof erwarb das Mainzer Dom Kapitel 1424 und 1438 in zwei Hälften die Stadt. Bis Ende des 18. Jahrhunderts blieb Bingen unter dessen Verwaltung, wie viele Städte im Tal Lidbingen durch mehrere Stadtbrände und Kriege. Nachdem 1794 französische Revolutionstruppen das linke Rheinufer besetzt hatten, gehörte die Stadt von 1798 bis 1814 zum französischen Departement Donnersberg und war Hauptort des Kantons Bingen. 1816 kam die Stadt nach dem Wiener Kongress an das Großherzogtum Hessen, der heutige Stadtteil Bingerbrück an die Rheinprovinz des Königreichs Preußen. Dadurch wurde es Grenzstadt bis zur Gründung des Deutschen Reiches 1871. Seit 1835 war Bingen außerdem Sitz des Kreises Bingen. Im Jahre 1929 wurde Bödesheim durch ein Gemeindung, ein Stadtteil von Bingen, Dietersheim, Gaulsheim und Kempten folgten 1939. Am 10. November 1938 wurde die 1905 erbaute neue Synagoge von SA-Männern und Nazianhängern angezündet. Sie brannte bis auf die Umfassungsmauern ab. Am 1. Januar 1970 wurde die Stadt Bingen auf ihren Antrag hin von der Landesregierung zur großen Kreisangehörigenstadt erhoben. Am 7. Juni 1969 wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde Bingerbrück mit 3.655 Einwohnern eingemeindet. Am 22. April 1972 folgte die Eingemeindung der Gemeinden Dromasheim und Sponsheim. Den Namenszusatz am Rhein trägt die Stadt seit dem 1. Juli 1982. Zur Landesgartenschau 2008 in Bingen erfuhren die Rheinanlagen in der Stadt umfangreiche Modernisierungen. Bevölkerungsentwicklung Die Entwicklung der Einwohnerzahl bezogen auf das heutige Stadtgebiet von Bingen am Rhein. Die Werte von 1871 bis 1987 beruhen auf Volkszählungen. Politik Der Stadtrat in Bingen am Rhein besteht aus 36 ehrenamtlichen Ratsmitgliedern, die bei der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 in einer personalisierten Verhältniswahl gewählt wurden und dem hauptamtlichen Oberbürgermeister als Vorsitzenden. Die Sitzverteilung im Stadtrat, FWG ist gleich freie Wählergruppe Bingen IV. Nach der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 kündigten CDU und Bündnis 90 die Grünen im Binger Stadtrat eine Koalition an, die seither besteht. Bei den Oberbürgermeisterwahlen am 22. April 2012 erzielte Thomas Faeser mit 51,78% die absolute Mehrheit der Stimmen. Er wurde am 29. Mai im Rahmen einer Stadtratratssitzung vereidigt. Neben dem Oberbürgermeister gehören dem Binger Stadtvorstand sowohl der Bürgermeister Ulrich Mönch sowie der 1. Beigeordnete Jens Voll an. Wappen das Wappen zeigt den heiligen Martin beim Teilen des Mantels sowie das Mainzer Rat. Städtepartnerschaften Hitchin-North-Hurt-Fotscha seit 1958. Nuit Saint-Georges-Burgon seit 1960. Pritzren-Kosovo seit 1968. Venarei-Leh-Laumes-Burgon seit 1967. Anamur-Türkei seit 2011. Kot Nahora-Tschechische Republik seit 2011. Sehenswürdigkeiten Ringermäuse-Turm Ehemalige Stiftskirche Basilika Sankt Martin aus dem 15. Jahrhundert mit romanischer Krypta Pfarrkirche Sankt Gordianus und Epimachus Burg Klopp Rochus-Kapelle Drusus-Brücke mit romanischer Brückenkapelle Alter Rheinkran Haferkasten mit Stefan-George-Museum Puricelli-Palais-Empirebau von 1780 Alter Friedhof aus dem 19. Jahrhundert mit Napoleon-Denkmal Jüdischer Friedhof im 16. Jahrhundert angelegt Geschütztes Kulturdenkmal Historisches Museum am Strom Hildegard von Bing Via Sachsen Staatliches Weingut und Kulturzentrum der Soka Gakai International in Deutschland Römische Villa Rusticke im Bingerwald Europa Reservat Rheinaun Technisches Kulturdenkmal Reiterstellwerk Bingerbrück Ein neues Konzept wird mit der Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main eröffnet Darin sollen Industriebauwerke auf den 160 Kilometern zwischen Miltenberg und Bingen zu einer Erlebnisroute über das Industriezeitalter in Süddeutschland verknüpft werden Eine lokale Route der Industriekultur beschreibt die Industriedenkmäler in Bingen Insgesamt sind bereits 700 Bauwerke wissenschaftlich erfasst Siehe auch, Liste der Kulturdenkmäler in Bingen am Rhein Wirtschaft und Infrastruktur Die Region ist wirtschaftlich durch den Weinbau geprägt zumal sich in Bingen vier Weinanbaugebiete treffen Die Stadt ist auch Namensgeber für den Bereich Bingen im Weinrecht Andere Industrien, die sich früher aufgrund des Hafens in Bingen angesiedelt hatten sind im Laufe der Jahre abgewandert Die heutigen Dienstleistungsgewerbe befinden sich hauptsächlich im Industriegebiet und im Gewerbepark Scharlachberg Auch der Tourismus spielt eine wichtige Rolle Ortsansässige Unternehmen Löwen Entertainment Vormals NSM Löwen GmbH GEWA Etiketten O.C. Öer Likon Germany GmbH Sekthaus Karl Greger Rekendermann Rheinberg Kellerei Binderer St. Ursula SWK Bank Veprinet Hersteller von Multichannel Routern Platinum GmbH und Co KG Hersteller von Hundenahrung Bingen-Rüdesheimer Fahrgast-Schiff ATG Im Stadtgebiet von Bingen am Rhein liegen mehrere Bahnhöfe und Haltepunkte Die Station Bingen Hauptbahnhof liegt im Stadtteil Bingerbrück An diesem Bahnhof endet die Strecke der Nahetalbahn Die linke Rheinstrecke führt durch den Bahnhof hindurch Alle Züge des Nahverkehrs auf diesen beiden Strecken halten im Hauptbahnhof Außerdem ist der Hauptbahnhof auch Haltepunkte einzelner IC und TC Züge Der Bahnhof Bingen-Stadt liegt zwei Kilometer weiter östlich direkt gegenüber dem historischen Hafenkran Dieser Bahnhof ist nur für den Nahverkehr von Bedeutung Er hat jedoch einen besseren Anschluss an den öffentlichen Busverkehr der Stadt Die Entstehung zweier Bahnhöfe ist historisch bedingt Da der heutige Hauptbahnhof Bingen früher ein preußischer Grenzbahnhof war Während der Stadtbahnhof zur hessischen Ludwigsbahn gehörte Darüber hinaus gibt es noch einen Haltepunkt in Bingen-Gaulsheim Die Haltepunkte Drususbrücke an der Strecke Bingen-HBF Bad Kreuznach sowie die Haltepunkte Bingen-Kempten und Büdesheim-Dromersheim an der Strecke Bingen-Rheinstadt-Alzheim werden nicht mehr bedient Ab 1906 gab es einen teils als Kleinbahn, teils als Straßenbahn konzessionierten Betrieb Der als AG Bingen-Nebenbahnen bezeichnet wurde Die Strecken verbanden den Bahnhof der Stadt, den Bahnhof Bingerbrück und Büdesheim Ein Jahr später wurde die Strecke von Büdesheim bis Sietersheim verlängert Die Verbindung nach Bingerbrück wurde 1922 aufgegeben Der Restbetrieb am 22. Oktober 1955 eingestellt Bingen liegt in unmittelbarer Nähe zu den Autobahnen 60 und 61, die durch die Bundesstraße 9 angeschlossen werden In Bingen fahren Stadtbusse auf sieben Linien Außerdem gibt es vier besondere Schulbuslinien und eine Anruflinie Betreiber der Buslinien sind die Stadtwerke Bingen am Rhein Schiffsverkehr von Bedeutung ist nur noch der Personenverkehr Der Güterhafen ist aufgegeben Der ehemalige Winterhafen ist heute Jagdhafen Es gibt Anleger der Touristiklinien Köln-Düsseldorfer, Bingen-Rüdesheimer Fahrgast-Schifffahrt und der Rössler-Linie Eine Personen- und eine Autofähre verbinden Bingen mit Rüdesheim Bis zum Ende der 1970er Jahre war Bingen Lotsenstation Als Tor zum UNESCO-Welterbe oberes Mittelrheintal wird Bingen von diversen Rad- und Wanderwegen angebunden So treffen sich der Rhein- und Nahe-Radweg im Rhein-Nahe-Dreieck bei Bingen Ebenso führt die Heibelroute von hier aus durch das rhein-hessische Hügelland nach Worms Auch im rheinland-pfälzischen Wanderwegenetz bildet Bingen einen Knotenpunkt Sowohl der Sohnwaldsteig wie auch der Rheinburgenweg als linksrheinisches Padat zum Rheinsteig haben hier ihre Start- bzw. Endpunkte Bildung Fachhochschule Bingen, Stefan-George Gymnasium, Hildegardisschule, Katholische Privatschule des Bistums Mainz, Rochus Realschule Plus, Realschule Plus am Scharlachberg, Berufsbildende Schule Bingen, Förderschule Rhein-Nahe, Stadtbibliothek Bingen, Volkshochschule, Musikschule, Kulturrufer Bingen Für die Landesgartenschau Rheinland-Pfalz vom 18. April bis 19. Oktober 2008 wurde das Rheinufer zwischen dem Autofair-Anleger und den ehemaligen Gleisanlagen in Bingenbrück zwischen dem Hauptbahnhof und dem Rheinufer komplett neu gestaltet Die Veranstaltung wurde entlang dem Rheinufer auf 2,8 Kilometer Länge und 24 Hektar Ausstellungsfläche durchgeführt Mit 1,3 Millionen Besuchern wurde die erwartete Zahl von mindestens 600.000 Personen deutlich übertroffen Die drei Teilbereiche sind zwar weiterhin umzäunend aber kostenfrei zugänglich Das ehemalige Gelände der Landesgartenschau Bingen 2008 wird seit Anfang 2010 als Kulturrufer Bingen vermarktet Ziel des Kulturrufers Bingen ist es den Ort mit seinen landschaftlichen, architektonischen, gartenbaulichen und kulturellen Attraktionen als Ziel für Kulturreisende zu etablieren Das Kulturrufer Bingen besteht aus den Geländeteilen Hafenpark, Gartenstadt, Hindenburg-Anlage, Rhein-Naheck und Park am Mäuseturm Im Bereich Hafenpark, Gartenstadt sind 2,8 die Partnerschaftsgärten der Industriekran und der japanische Zierkirchenhain zu finden Der alte Rhein-Kahn von 1487 steht am Übergang zur Hindenburg-Anlage Die Hindenburg-Anlage ist eine denkmalgeschützte Parkanlage mit altem Baumbestand Dort befindet sich das ehemalige Zollamt, der englische Rosengarten, der Spielplatz Rhein-Kahn, die Vinothek, die Dichterkabinette und die Schiffsanleger Im Abschnitt Rhein-Naheck liegt das Rheintal-Kongresszentrum, das Museum am Strom mit den Abteilungen Hildegard von Bing, römisches Ärzte-Besteck, Rhein-Romantik und Stadtgeschichte sowie der Hildegarten Der Park am Mäuseturm bietet große Wiesenflächen, Sportfelder, eine Skaterbahn, den Abenteuerspielplatz Rhein zum Spielen, das Stellwerk Mensch, Natur, Technik sowie verschiedene Veranstaltungsflächen Die kulturellen Veranstaltungen finden in jedem Jahr von Ostern bis Ende September statt Höhepunkt ist das Kulturruferfest am 1. Sonntag im Juli Regelmäßige Veranstaltungen Winzerfest mit einer Dauer von 11 Tagen das längste Weinfest am Rhein Binger Sektfest auf dem BGM Neffplatz Bingen Zwingt Internationales Jazz Festival Binger Open Air Festival Alternative Festival Breakpoint eine der größten Veranstaltungen der Demoszene weltweit Nach der Verführung Weinfest in den Reben, Rhein in Flammen Bingen sieben Feuerwerke zwischen Trächtingshausen und Bingen am Rhein Kulturruferfest, Rochusfest, Rochusoktav kirchliches Fest mit volkstümlichen Charakter Wallfahrt des Bistums Mainz, Hildegard Herbst Persönlichkeiten Hildegard von Bingen, Äbtissen und Autorin, Mystikerin, Schriftstellerin, Musikerin und Heilkundige Nach ihr wurde die Binger Mädchenschule, die Hildegardesschule benannt Hildegard gilt traditionell als Volksheilige Sie wurde am 10. Mai 2012 offiziell in den Heiligen Kalender der katholischen Kirche aufgenommen Gedenktag ist der 17. September Bertha von Bingen, Heilige der katholischen Kirche Bartholomeus Holzhauser, katholischer Priester, Ordensstifter, Pfarrer und Dekan von Bingen Er starb in Bingen im Rufe der Heiligkeit Sein Grab und Grabdenkmal sind in der Basilika seingt Martin erhalten eine Gedenkbüste ist in der Münchner Ruhmeshalle aufgestellt Judamäler, Rabbiner und Autor, Söhne und Töchter der Stadt Andreas Josef Schnauber, Rechtswissenschaftler Josef Albrecht von Nittner, Schriftsteller Sigmund Geisenheimer, Kaufmann und sozial engagierter Prokurist des Frankfurter Bankhauses M. A. Rothschild und Söhne Hubert Auer war Fürst, bischöflicher Delegat für Brandenburg und Pommern, Pups der Sankt Hedwigskirche in Berlin, Domherzobreslau sowie Dompups zu Trier Philipp von Volz, Maler Eberhard zu Herr, hessischer Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Bingen Ferdinand Allmann, Bürgermeister von Bingen und Abgeordneter der Landstände des Großherzogtums Hessen Heinrich Brück, Bischof von Mainz Johann Baptist Hilsdorf, Fotograf und Vater von Theodor und Jakob Josef Jonas, Stahlfabrikant und Lord Mayor von Sheffield Karl Johann Brillmeier, katholischer Priester, Autor und rhein-hessischer Heimatkundler Heinrich Wendt-Ellen Soherr, hessischer Landtagsabgeordneter und Vizelandtagspräsident Alice Benzheimer, Politikerin und Frauenrechtlerin Theodor Hilsdorf, Fotograf Stefan George, deutscher Dichter Jakob Hilsdorf, Fotograf Karl Friedberg, Pianist und Musikpädagoge Pankratz Blank, Landtagsabgeordneter Saladin Schmidt, deutscher Theaterwissenschaftler, Regisseur und Intendant Sepp Christmann, Sportlehrer und Trainer Max Richter, deutscher Geologe und Paläontologe, Professor an der FU Berlin Otto Kremer, Maschinenbauingenieur und Ordinarius an der Technischen Hochschule Karlsruhe August Weimar, Gewerkschafter und christdemokratischer Politiker MdB Josef Augstein, deutscher Jurist Adolf Gessner, Kunsthistoriker Anton Philipp Brück, Kirchenhistoriker und Bibliotheker der Martinus Bibliothek Günther Durfrier, Dozent für Pastoraliturgie am Bischöflichen Seminar Diözesan Präses der Kirchenchöre im Bistum Mainz Claire Marienfeld, christdemokratische Politikerin, ehemalige Werbeauftragte des Bundestages Bernd Jochen Hilberath, deutscher Theologe und Hochschullehrer Mary Roos, deutscher Schlagersängerin und Schauspielerin Monika Börs, Schriftstellerin Tina York, deutscher Schlagersängerin Thomas Kling, deutscher Lyriker Rüdiger Heinz, Autor Peter Frey, deutscher Journalist Matthias Bock, deutsch-kanadischer Künstler Frank Schröder, Sänger und Schauspieler Dayan Seymek, deutscher Fußballspieler Suat Serdar, deutsch-türkischer Fußballspieler Untertitelung des ZDF, 2020